Und damit hoffentlich willkommen zurück. Lasst mich gleich mal schauen. Passt, 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 passt. Sehr schön. So, den mache ich jetzt noch hier. Vielleicht schaffen wir den ganzen Novalidkanonen das Zeug noch. Aber das ist schon eine Menge Planeten, die man hier machen muss. Also, Respekt dafür. Ja, so muss das. Nice. So, die fliegt da rüber. Das machen wir kaputt und dann, gut, ich kann jetzt leider keine Konstruktionskreuze mehr bauen. Aber das wird später besser. Ja, hier ist ja schon alles kaputt. Passt. Oh ja, hier muss ich noch bauen. Später wird es besser, wenn ich hier dann alles vernichten kann. Braucht noch ein bisschen, dass die Fregatten da sind, ne? Ja, klar, da ein bisschen. Jetzt mit Sicherheit auch wieder irgendeinem Medienzentrum, weil so ein Schwachsinn. Ja, da unten ist es. Das sehe ich jetzt schon. Aber da kümmern wir uns später drum. Das muss jetzt nicht sein. Das ist aber ziemlich egal. Unsere Flotte wird angegriffen. Wo? Wohin, Commander? Ja, das ist ja jetzt so wirklich egal, oder? Wir haben eine Bomberstaffel und ein Jagdgeschwader. Schilde sind zwar unten, aber der Rest passt, das ist schon in Ordnung. Hauptsache, wir springen jetzt gleich da rüber. Ihre Befehle, Commander! Hauen alles weg und dann sind wir weiter. Planetenentwicklung abgeschlossen. Ja, hier haben wir schon alles kaputt gemacht. Meine Roboter sind bereit. Commander an Deck! Springen wir auch gleich da runter. Das Artefakt holen wir uns. Meteoritenhäufigkeit. Uuuu. Aber mehr Erste Extraktionsratum, oder? Das ist nicht gut. So, und ein Artefakt. Auf einem Asteroiden. Fahren Sie fort! Übermittlung empfangen! Das ist sehr schön. Ich weiß nicht, wer hier ein Artefakt drauf ballert, aber gut, klar. Warum auch nicht? Ah, jetzt wird hier doch gekannt. Oh oh. Ja, da müssen wir weg springen. Das ist ein bisschen zu viel. Wir sind bereit! Ja, ja, natürlich. Lol. Was war das denn jetzt? Na eben, wollte ich schon sagen. Was soll das denn? Schön drauf ballern hier. Na, warte. So. Der Titan dürfte entkommen. Oben habe ich ein bisschen was verloren, aber das kann ich gleich wieder nachbauen. Boah, schaut doch ganz okay aus. Der Titanentwicklung abgeschlossen. So, dann suche mir mal, äh, Logistikplätze. Genau. Eine neue Kolonie. Handelszentren. Boah, da gehen aber viele Handelszentren. Geilo. Da geht auch noch was. Ah, da schon mal einer an. Gut, das ist die neue Kolonie, das ist klar. Okay. Ihr Freund und Helfer. Die kommen jetzt langsam, aber da habe ich Verluste erlitten. Das ist natürlich nicht so schön. Naja. Kommt vor. Kann ich aber gleich alles wieder neu aufbauen. Geld. Immer noch 100. Ist in Ordnung. Da geht das gleich. Bauwerk komplett. Fahren Sie fort. Erwarte Befehle. Kommsat hat Feinde im Anflug erfasst. Nichts wertvolles wurde gefunden. Die sollten eigentlich da rüberspringen. Klingt gut. Planetenentwicklung abgeschlossen. Passt doch. Bauwerk komplett. Ah, hier geht noch was. Bauwerk komplett. Ah, da sind wirklich sehr wenig logistische Plätze verfügbar. Bauwerk komplett. Hat's hier denn Asteroiden? Nee. Nur Handelseinkommen. Ihre Befehle, Kommandant. Okay. Ja, die Kassieren hier. Schade. Muss ich neu aufbauen. Das war jetzt teuer. Weil sie halt doch nie zusammenspringen. Ne? Ach, Feindkultur. Nach wie vor. Na gut. Ja, das ist natürlich doof. Werden wir sehen. Bauwerk komplett. Zumindest kann ich jetzt wieder ein paar Konstruktionskreuzer bauen. Bauwerk komplett. Und die restlichen Sternenbasen aufflüsten. Mehr Kristalle benötigt. Ja, und schon ist das ganze Geld wieder weg. Alle Energie auf den Sprung antreten. Unglaublich. Energie auf den Raumsprungantrieb. Zusätzliche Credits benötigt. Ja, da fehlen noch so ein bisschen. Ein paar fehlen noch. Aber gut. Das Geld fließt. 104, 105. So, was haben wir bekommen? Sprungfeldgenerator. Sprungfeldgenerator. Aha. Antimaterie. Okay. Gravitationstoleranz. Aha. Näher an Planeten. Planeten. Vielleicht konnte er deswegen überall so hinspringen. Weil er das Artefakt hatte. Planetenentwicklung abgeschlossen. Erwarte Befehle. Könnte ich mir zumindest gut vorstellen, dass das der Grund ist. Wo ist das Ziel? Und dann greift es mal bitte erstes Medienzentrum an. Das ist das Allerwichtigste. Die Musik ist auch ziemlich gut. Ihre Befehle, Kommandant. So, erstmal alles rausballern, was wir haben. Wir sind bereit. Ich mag das aber, um mich mit so einem großen Knall anzukönnen. So. Hat was. Hat was mächtiges. So. Da kann man bauen. Mehr Kristalle benötigt. Jojojojojojo. Macht man gleich. So, mal sehen wo sie jetzt springen. So, bauen wir wieder nah aneinander. Vielleicht kann ich auch hier an diesem Planeten ein bisschen mehr Zeug bauen. Wer weiß. Wird man sehen. Das ist jetzt nicht so schlimm. Nice. Und mir fehlt schon wieder die Kohle. Gibt's doch nicht. So. Ihr Freund muss helfen. Wo ist der denn? Der ist nach oben geflogen. Was geht denn da ab? Ach du Scheiße. Hallo. Die sind in der Luft. Also nicht hier auf so einer Ebene, sondern... Was machen die denn da? Höh. Das habe ich auch noch nie gesehen. Ich meine es geht im Weltraum, klar. Da gibt's kein oben und unten in dem Sinne. Aber... Es schaut schon sehr seltsam aus. Weil es ist halt vom Spiel nicht gewohnt. Diese Freiheit. Dass sie da wild durch die Gegend fliegen können nach oben und unten, die so lustig sind. Ein anderes Bauwerk steht im Weg. Jajajaja. Jajajajaja. Warum wir noch nicht Geld? Geld, 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 Geld. Da fehlts dran. Na, was hat denn für ein Problem? na los bau die schicken wir mal rüber kann ja nicht viel schaden ihre befehle kommandant so kommen sagt hat feinde im anflug erfasst der verstärkung greift in die schlacht ein macht aber auch nichts das wird schon passen egal wohin schießt da unten hat er tatsächlich doch noch was muss ich ihm halt wieder nur mit wegnehmen aber das ist auch kein problem feindliche truppen sind eingetroffen wie böse und gesteplätze zusätzliche credits benötigt demnächst sollten wir es geschafft haben da schaut euch hier die ganzen sprengköpfe an boom den hat es zerbröselt ja den zerbrösel ist halt ganz komplett ist halt der übelste overkill aber von mir aus das ding ist mit sicherheit zerstört da geht ja gar nichts mehr das ende ist da tschüss tschüss auf wiedersehen hier schaut das ganz gut aus geld 108 mit langsam langsam aber sicher wird hier kann man nichts mehr bauen kann man nichts mehr bauen der braucht noch hier das medienzentrum steht auf der kugel steht dein name ich dachte die könnten was lanetenentwicklung abgeschlossen aber es reicht wohl fast nicht aus und mir wirklich schaden zu machen bauwerk komplett übermittlung empfangen schauen wir mal mit der zeit wird das schon werden so noch immer die feindkultur dann gehen wir da mal runter mit der zeit werden wir das schon sehen wie das mit der feindkultur ist muss ja irgendwann ne ok da gibt nichts mehr der gehört mir nicht da hab ich schon da fehlt's noch planetenentwicklung abgeschlossen so was braucht man denn einen leichten träger hast du eigentlich nicht ausreichende metalle die haupte die haupte robot kreuzer haben wir da noch welche ja zwei kommande kreuzer zwei koste fachensprung gesamten kreuzer will ich nicht und torpedofregatte torpedo die sehe ich jetzt tatsächlich gar nicht mehr kreuzer benötigt aber da kann man dann was machen so kolonie bam boom los geht's sehr schön planet erforschen oh das ist ein erdähnlicher uh den hole ich mir das ist ja geil ein erdähnlicher zusätzliche credits benötigt auszureden nicht ausreichende metalle so ein bisschen was geht schon es wurde gefunden das wundert mich nicht komm sagt hat feinde im anflug erfasst forscher haben ein mächtiges so airwing zur verfügung ja was haben wir denn entdeckt jungs hallo hier relative werften und der bau von zusätzlichen struktur zivilen strukturen feindliche truppen ui sag bloß ich kann jetzt überall bereit für die vorderste front nice ich kann überall ein ding mehr bauen krass das würde ich mal als eines der mächtigsten endgame artefakte überhaupt beschreiben wenn nicht dass ich das extra geld brauchen muss aber geil das ist schon richtig nice bauwerk komplett also da kann wohl kaum jemand widersprechen dass das absolut episch ist bereit für die vorderste front oder das ist doch richtig nice planetenentwicklung abgeschossen weil jetzt habe ich auf jedem planeten einen logistikplatz also vier also ein gebäude mehr es sind halt vier fünf zehn fünfzehn zwei ja quasi 20 handelszentren mehr wenn ich das jetzt so grob überschlag ja es ist halt boom das ist ja ewig viel und die baue ich auch ja weh ich die bau halleluja so ihr freund und helfer ihre befehle kommandant hört mal her ihr fliegerasse wir sind bereit sieh gut aus wie schaut es jetzt hier unten aus hat es den kassiert langsam sehr schön abgeschlossen das gefällt mir sehr gut ausreichende metalle die blutel aber die machen wir schon weg das schon so 108 schaut sich wie das geld rein rast bam bam zusätzliche credits benötigt ja die haben wir gleich hm unter entwicklungssteuer die muss weg gehen planetenentwicklung abgeschlossen doch finde ich richtig nice wenn die erstmal alle fertig sind und dann kann ich ja überall theoretisch noch handelsposten bauen der sammelt sich hier schon wieder ihr freund und helfer aber erstmal kann ich das glaube ich relativ krass ignorieren energie auf den raumsprung antritt und den einfach mal machen lassen planetenentwicklung abgeschlossen ja ich kann überall wo ein logistikplatz ist kann ich kann ich jetzt ein extra ding bauen das ist so geil bauwerk komplett und ich werde halt schneller ausbilden hier das ist auch richtig nice da ist das sehr stark so bauen wir gleich noch einen zusätzliche credits benötigt zusätzliche credits benötigt das ist aber eine dicke linie hier wow bäm die ist schon echt groß ihre befehle kommandant ihre befehle kommandant bauwerk komplett ok passt das medienzentrum hier explodiert jeden moment und dann sollte es besser werden ich glaube der hat dann nur noch Mienen und das war's unsere verstärkung greift in die schlacht ein das ist auch egal so und die fliegen jetzt rüber gut der handelt nice ja durch handeln mache ich schon gut Geld das ist bauwerk komplett einiges 300 noch was wird angegriffen also handel ist tausendmal besser als planetares einkommen ohne handelsposten könnte man das voll vergessen sie braucht es einfach na airwing zur verfügung komsat hat feinde im anflug erfasst feindliche truppen sind eingetroffen aha feindliche truppen so viel kann ich gar nicht bauen wie ich will das sind halt schon sechs handelsposten ich baue noch einen siebten boom das ist schon sehr krass planetenentwicklung abgeschlossen muss ich mal sagen das ist schon sehr heftig phasensprung auf mein signal das ist ja wirklich heftig boah vier metall extraktoren der planet ist geil da muss ich da muss ich eine raffinerie drauf ballern zusätzliche credit die lohnt sich hier nämlich einfach nur na gut das medienzentrum ist doof aber ich habe ein eigenes in dem bauwerk komplett ja hier ist eine kolonie also hier hat es gar nichts mehr dann kann man die zum beispiel hierher schicken so die überbleibsel der restlichen gegnerischen zivilisation vernichten das ist immer ganz gut zusätzliche credits benötigt zusätzliche credits benötigt genau die springen jetzt hier nach hause wo es halt den ganzen kram hat und gut ist bauwerk komplett so verstärkung torpedofregatten genau raketenfregatte ist es egal das ist eine torpedofregatte ja mehr kristalle benötigt wie immer halt da habe ich auch noch 5 aber metall schaut besser ne schaut sehr viel besser aus ich dachte es wäre besser aber es ist eigentlich 108 ja wird langsam langsam aber sicher aber das passt alle energie auf den sprungantrieb aber für heute denke ich mache ich hier gleich eine pause bin fertig damit verabschiede ich mich wünsche euch wie immer einen wunderschönen tag vielen dank fürs zusehen ich hoffe ihr hattet spaß macht's gut bis dann ciao hey yo und vielen dank fürs anschauen des videos wenn ihr mich unterstützen wollt klickt einfach auf den daumen rauf button habt ihr irgendwelche wünsche feedback oder vorschläge lasst es mich in den kommentaren wissen ihr könnt außerdem meinen kanal abonnieren um kein video mehr zu verpassen ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien tag macht's gut auf den fern auf den fern Untertitelung des ZDF, 2020